Das ist ein spezieller Eintracht-Podcast. Wir sehen uns mal in die Augen, passiert relativ selten. Ja, wie immer bei mir dabei, der Basti, hi. Gude und Grüße, wie man im Norden sagt. Neu, ein spezieller Gast, man kennt ihn unter anderem von Fußball 2000, Stefan Reich. Hallo. Und ich weiß gar nicht, wie du angesagt werden willst, Julian, hi. Hi. Schön, dass du da bist, mein Name ist Marvin Mendel. Wir wollten uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, dass die Frankfurter Eintracht einige Verluste festzustellen hat. Und ganz klar, ganz dramatisch natürlich der Verlust von Sébastien Allaire. Heute gerade passiert, wir schreiben heute Dienstag. Was sagt ihr dazu? Ja, schmerzt. Schmerzt. Ich finde es extrem schade, weil es, ja genau, so echt so der Fixpunkt war. Ich meine, offensichtlich fand ich den noch viel wichtiger als Jovic, obwohl er weniger Tore geschossen hat. War ein ganz feiner, ist ein ganz feiner Kern auch. So finde ich, hätte der Eintracht gut zu Gesicht gestanden noch ein Jahr. Aber auf der anderen Seite, bei so viel Kohle, 50 plus X plus Weiterverkaufsbeteiligung, muss das halt auch machen. Ja, also ich meine, wir wissen nicht ganz genau, wie viel Geld wir bekommen, aber 50 plus hört sich schon nach so einem akzeptablen Deal an für die Eintracht. Ich glaube, Bobic lässt sich da auch nicht über den Tisch ziehen, oder Julian? Glaube ich auch nicht, ne? Bobic ist ja schon bekannt als knallhalter Verhandler. Ja. Und wir spekulieren ja auch nur über die Summe. Also es kommt ja einfach nichts raus. Das ist ja... Das ist nie wirklich erfahren, wenn du nicht drin bist, ne? Und das ist ja echt das Gute. Unter Bobic kommen ja eigentlich kaum Details raus. Ja. Aber ich glaube, das hat uns in den letzten Monaten ja auch gut getan. Also ich glaube, so eine Verhandlungssumme, wie bei Jovic, die wir dann am Ende erzielt haben, ist wahrscheinlich unter dem, was wir alle gerüchtet haben. Ich schätze, da wird es Beteiligung geben im Weiterverkauf und so weiter und so fort. Ähnlich ist bei LR. Aber jetzt rein subjektiv gesehen schmerzt es halt schon, oder? Ja, ich muss schon sagen, das nervt halt krass, weil du trotzdem immer diese stille Hoffnung hattest. Okay, Jovic geht. Damit haben wir alle gerechnet. Damit hast du dich auch ziemlich schnell angefreundet, fand ich. Weil wer zu Real geht, meine Güte, was würdest du ihm vorwerfen? Ja. Dann gab es die ersten West Ham-Gerüchte mit diesen ominösen 40 Millionen, wo jeder gesagt hat, und Stefan und ich hatten auch WhatsApp-Kontakt und haben gesagt, das kann nicht sein. Also die Eintracht kann den nicht für 40 abgeben, A und B nicht zu West Ham. Wir haben ja alle... Der jetzt ist zumindest B eingetroffen. Wir haben ja alle geschrieben bei WhatsApp und wir haben auch alle gesagt, naja gut, okay, lass mal West Ham kommen, aber am Ende okay ist es Menü oder so, ne? Und dann so rein subjektiv ist es schon mega nervig. Fühlt sich aber auch ein bisschen verschoben einfach an. Ich glaube, dass er trotzdem auch zu so einem Verein will. Ich glaube nicht, dass das der Verein ist, wo er sagt, okay, da bleibe ich, da erfülle ich die komplette Vertragsdor. Sondern ich glaube, er will einfach nur noch näher an dieses Schaufenster Premier League und unter dem Aspekt kann ich es auch verstehen. Ganz ehrlich, auch die sportliche Herausforderung. Du spielst nicht gegen Leipzig und was weiß ich, gegen was für Bratwurst-Mannschaften, Augsburg und Mainz und was weiß ich. Das ist schön, das Derby gegen auch. Hexenkessel in der Irgendwas-Arena. Okay, VKV, Paderborn und dann spielst du halt wirklich... Unvergessliche Fußballfeste in der Welt, im Wälde-Licht-Palast. Du wohnst in London, spielst in einem Verein, der übrigens auch eine geile Fanszene hat, muss man auch dazu sagen. Und du spielst ja gegen Tottenham, Manchester United, Chelsea, ManCity, Liverpool. Das ist schon zu verstehen, gerade wenn du dann auch noch das dreifache Gehalt kriegst. Aber er spielt nicht international. Das muss man dazu sagen. Das Geilste wäre eigentlich, wenn er jetzt da hingeht und dann macht er so ein bisschen die Vorbereitung mit und bevor er das erste Spielspiel macht, dann zieht er seine Ausstiegstor aus und geht zum Menü oder so. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Nee, das geht nicht. Du darfst nur in einem Halbjahr rätseln. Da muss man mal den Typ fragen, der diese Gacinovic-Stils hier mit diesem zypriotischen Verein hat. Also stopp, war das nicht so? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der war nicht eingeschrieben bei dem aufnehmenden Verein. Ah, okay, alles klar. Das war nämlich so eine tricky Sache im Endeffekt. Das hätte er auch sonst so laufen können. Ja, stell dir mal vor, da wird jetzt noch ein Platz beim Menü frei. Der Wetter ist vielleicht auch frei. Es gab doch letzten Sommer oder vorletzten Sommer auch einen Spieler, der von Kiel zu Köln gewechselt ist oder so. Da gab es genau so eine selbe Geschichte. Ja, genau. Der wurde zurückgeholt. Der ist so im Nittjylland oder so dazwischen. Ja, genau. Ja, stimmt. Und dann wurde er von Köln noch holt. Das wäre natürlich sehr interessant. Ja, klar. Ich glaube, wenn du nicht ein Spiel gemacht hast, kann das vielleicht schon... Es kann auch wirklich sein, dass Haller das bereut. Zu sagen, okay, wenn du dann halt ein Premier... Weil West Ham ist auch eine Mannschaft, die können potenziell natürlich auch Siebter, Achter werden. Ja. Die können aber auch um den Abstieg mitspielen, je nachdem, wie sich die anderen Mannschaften dort verstärken, weil da jeder ziemlich viel Geld hat. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weißt du? Da siehst du, wie sich das so verschoben hat zwischen Deutschland und England oder England generell und allen anderen Ligen. Weil da kommt so ein West Ham, die waren in den letzten zehn Jahren, glaube ich, einmal einstellig platziert gewesen. Weißt du, da kann jedes blöde Bournemouth oder Wolfe Hentner oder so, kann um die Ecke kommen und sagen, hier, den hätten wir gar nicht, ich habe da 15 Millionen. Und das ist, wenn du es überträgst, sind das Vereine wie Augsburg, Mainz und so weiter, so von der Tabellengewichtung her in Deutschland. Das ist schon ein krasses Ungleichgewicht. Ich habe mir das heute mal angeguckt, die Platzierung von West Ham in den letzten Jahren. Zehnter, Elfter, Dreizehnter, Siebter. Ist halt nicht so geil. Vier Trainer in den letzten fünf Jahren. Klingt wie so nach Eintracht auf, oder? Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber es ist am Ende zurück. Und das ist auch das, was ich einfach nicht verstehe. Okay, die Summe so ein bisschen ist mir zu wenig, aber ich verstehe einfach nicht. Wenn er zu Manuel gegangen wäre und selbst sonst 50 Millionen wären, okay, das würde jeder verstehen. Und deswegen ist es ja auch bei Jovic genau das. Der ist im Guten gegangen und auch Allaire ist ja jetzt nicht irgendwie ein Wechseltheater. Aber es hat mehr Geschmack, als das, was Jovic gemacht hat. Weil zu Real zu gehen, versteht jeder. Zumal Real auch eine Vakanz hat. Er ist jetzt nicht die Achte-Stimme bei Real, sondern wenn er sich anstrengt, kann der Stammspieler jetzt schon im ersten Jahr werden. Also zumindest kann der so 20 bis 30 Flichtspiele machen. Und Allaire wird sicher Stammspieler, aber... Klar, aber was hat er dann? Dann schießt er irgendwie elf Tore in der Premier League, hat noch vier Vorlagen. Aber was macht er? Ja, aber gut, dann wechselt er wahrscheinlich dann für wirklich für 60 Millionen zum Manchester United nach einem Jahr. Ist die Frage, ob er nicht dieses eine Jahr auch hier noch gemacht hätte und das trotzdem möglich ist. Er hätte ja auch mehr Geld bekommen. Ich glaube schon, dass er einfach gesagt hätte, hier, hör mal zu, nächsten Sommer darfst du gehen. Er hat ja auch gesagt, im Frühjahr oder was, nicht des Geldes wegen und so. Und er wechselt nicht, um einfach nur zu wechseln und so. Und jetzt sieht das alles schon so ein bisschen danach aus. Das ist so ein bisschen das, was mich halt ärgert. Ich werfe ihm das gar nicht vor. Ich kann das schon verstehen, dass du da halt... England war immer ein Ziel, das hat er immer von Anfang an gesagt. Und dann stehst du da schon auch ein bisschen näher einfach um... Ich glaube, er hätte ja auch zu Watford gehen können, wenn England das Ziel ist. Derby County, die dritte Liga. Naja, ich finde den Punkt schon nicht so irrelevant. Weil ich denke, dass wir jetzt als Eintracht-Fans vielleicht ein bisschen deprimiert darüber sind, finde ich vollkommen legitim. Denn, ey, das ist West Ham, okay, ja, natürlich zahlen die mehr Geld. Aber ich muss auch sagen, die Social-Media-Arbeit, da war dann ein bisschen inkonsequent. Weil wenn du nämlich überlegst, dass er letzte Woche noch ein Interview gegeben hat, wo er sich darüber lustig gemacht hat, über diesen Witz bei Instagram, wo er dann halt gemeint hat... Danke, ha, 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 toller Witz, Sebastian. Ja, gut, ich meine, ja, gut, vielleicht weißt du es nicht und machst es halt einfach in dem Moment. Ich sage auch manchmal Dienstag, ich gehe am Freitag nicht weg. Vielleicht ist das nicht ganz vergleichbar. Okay, also Basti ist ungefähr... Ich werde am Freitag sicherlich nicht nur um das Weggehens willen weggehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Der Geburtstag fällt raus, ich gehe trotzdem weg. Nein, aber die Sache ist doch die, wir können alle auch nicht in ihn reingucken, wir waren bei den Gesprächen nicht dabei, was da irgendwie... Ich sage nichts persönlich. Es kann natürlich auch so eine Knabry-Nummer sein, zu sagen, ey, wie Bayern Knabry in Bremen geparkt hat. Wer weiß, vielleicht hat Manchester United irgendwelche Probleme, die jetzt so mit Harry McBoy haben die, glaube ich, geholt, dass die irgendwie financial fair play-mäßig sagen, ey, wir können den erst nächstes Jahr irgendwie für 60 holen, hofft jeden mal für 40. Keine Ahnung, wir wissen es alle nicht, was da in den heutigen Beraterdingern irgendwie alles gedacht wird. Es ist trotzdem schade, dass er geht, weil er, glaube ich, trotzdem ein Spieler ist, ich habe es schon gesagt, der sehr, sehr wichtig für unser System war und der jetzt wirklich alles wieder auf Null stellt. Was natürlich nicht heißt, dass diese Null nicht auch höher ausflangen kann als Mitteleer, weil du flexibler bist. Aber diese Unsicherheit haben wir halt jetzt wieder. Wir stehen jetzt wieder an einem Punkt, wo uns auch eine Saison erwarten könnte, wie die erste Saison unter Kovac. Zu sagen, okay, wir haben vielleicht irgendwie einen geilen Pokal-Run, werden aber in der Tabelle Elfter. Aber diese Erwartung muss eigentlich erst mal das Grundziel sein. Also das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt viel Geld und jetzt wird es noch besser, das hat es sehr gewagt. Also Stand jetzt, wir reden ja gerade an diesem Tag, an dem Alain jetzt weggeht, für mich ist der absolute Schlüsselspieler, der Zielspieler, der beste Spieler dieses Vereins gerade gegangen. Da kann ich jetzt nicht sagen, oder vielleicht wird es ja als Siebter. Ja, naja, prinzipiell das Ding ist halt, du hast jetzt halt einfach so viel Kohle eingenommen. Das ist so ein bisschen das, was Gladbach vor ein paar Jahren gemacht hat. Die verkaufen den Granitxaka für 15 Millionen und dann hier noch so ein X und noch ein Y, auch jeweils für 20 so, und dann hast du plötzlich die Stärkung voller Kohle und kannst damit wieder Leute holen, die auf einem ähnlichen Talente-Niveau zu dir kommen und von denen sich vier von fünf wieder so entwickeln, weißt du? Und dann bist du plötzlich im Verein, so wie Gladbach jetzt, die waren vor, ey ne, als wir 2011 abgestiegen sind, sind die gerade so drin geblieben. Das war ein Verein, der hatte genau die gleichen Voraussetzungen. Und die haben dann genau das geschafft, nämlich Leute, talentierte Leute, billig zu kaufen. Die hatten einen guten Trainer über Jahre mit Favre, der hat die alle entwickelt. Das ist ja jetzt nicht so, da haben wir jetzt auch jemanden am Start, ich das durchaus zutraue. Und dann, wenn du das ein paar Jahre durchziehst mit dem, dann kann es schon sein, dass du den ganzen Verein auf ein anderes Niveau hebst, so wie das Gladbach gelungen ist. Die sind jetzt jedes Jahr im Rennen um die Plätze sieben bis vier. Das ist ja jetzt schon passiert, also seit Bobic angetreten ist vor drei Jahren, da hieß es, ich kann mich noch erinnern an Aussagen, wir wollen Spieler holen für sechs, sieben Millionen, damit sie dann für dreißig Millionen gehen. Genau. Und genau das ist nach nicht mal zweieinhalb Jahren passiert. Das Ball holen wir welches 50 und verkaufen sie für 200. Ich habe heute eine interessante Statistik gesehen, dass wir alleine mit dem Verkaufen von Alea und Jovic schon mehr eingenommen haben, einen Transfer einnahmen als in den letzten 120 Jahren. Man muss sagen, das war bei Leitrath auch nicht schwer. Ja, ohne Scheiß, wir haben selbst Trapp, der damals der beste Spieler, Rappenbruch an. Und davor war Rekordtransfer Marco Russ oder was für dreieinhalb nach Wolfsburg. Ja, na gut, das hängt aber auch damit zusammen, weil wir eine andere Transferpolitik verfolgen. Hochrang hat immer gesagt, wir müssen keinen abgeben. Lieber Vertrag auslaufen. Das ist aber auch das, ganz ehrlich, wenn man den HL-Transfer kritisiert, dann tue ich das tatsächlich nur, weil es mir ein bisschen merkwürdig vorkommt, dass es West Ham ist. Und dass ich es trotzdem finde, dass es im heutigen Markt nicht viel zu wenig, aber trotzdem so ein bisschen. Also ich würde trotzdem finden, dass 55 bis 60 sich besser anfühlen würden. Aber die werden das nicht. Ich glaube, die werden das, wenn die eine Warte verkaufen. Das ist aber das, was wir nicht wissen. Und da kannst du einfach sagen, okay, das ist genau das, was wir wollten. Das finde ich auch besser, als wenn du die einfach hältst, wie Rode damals oder selbst Inoui, der irgendwie mal ein Angebot in der Winterpause hatte von Arsenal. Was? Von Arsenal? Was ist los? Inoui, als er diese geile... Was? Naja, als er diese Hinrunde gespielt hat unter Feber. Von der Frauenmannschaft. Dann hat Inoui, glaube ich, echt so ein 6-7-Millionen-Angebot für er. Brüllschiss. Das war das Arsenal. Das war das Arsenal. Inoui. Das war das Arsenal. Inoui wollen wir eine Mannschaft aufbauen. Die Quelle werde ich noch raussuchen. Nein, auf jeden Fall. Wir haben es ja alle gefordert, dass wir immer neidisch nach Mainz geschaut haben. Ich möchte mich entschuldigen. Aber du kannst jetzt auch zwischen den Zeilen diskutieren. Angenommen. Überhaupt nicht meiner Ahnung. Zwischen den Zeilen diskutieren und sagen, okay, vielleicht, wenn es nur 45 sind, finde ich ein bisschen wenig. Am Ende des Tages, wie Karl und Rumlige sagen würde, müssen wir trotzdem zufrieden sein, weil es ist nicht wenig. Also es ist jetzt auch kein Skandalpreis, selbst wenn es nur 45 sind. Du hast mit dem Geld, mit Jovic jetzt die Möglichkeiten, andere Baustellen zu schließen. Hast aber noch, und das ist das Wichtigste für mich, warum ich es jetzt überhaupt noch nicht abschließend bewerten kann. Du hast diese Baustelle, wenn, sagen wir mal, du holst jetzt Trapp hinter Egerode zum Beispiel, die jetzt irgendwie in der Pipeline sind, dann hast du ja vorne trotzdem noch dieses Vakuum Jovic und Haller. Diese Tore fehlen dir. Das werden Paciencia und Juwelic meiner Meinung nach im ersten Jahr zumindest jetzt nicht schaffen. Du brauchst auf jeden Fall noch einen, der dir zumindest 10 Tore garantiert. Und das könnte wieder so ein Transfer sein, wie es Haller damals war, zu sagen, der kostet jetzt vielleicht nicht mehr 7, sondern 12, 15. Ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden bei dieser Preisklasse. Und diesem Risiko sind ja aber als Eintracht jedes Jahr ausgesetzt. Ja, sagen wir mal, wie es ist, da muss jetzt ein richtiger Kracher kommen. Und das ist genau das Ding. Da muss jetzt einfach mal so für 15 Millionen ein richtiger... Hast du gedacht damals, dass Haller ein Kracher ist? Also ich kannte ihn halt nicht, aber ich dachte schon, okay, als wenn die 7 Millionen für einen Mittelstürmer ausgehen, dann muss da schon einer sein. Und er hat ja gut getroffen in Niederlanden. Natürlich hat er sehr viele Elfmeter-Tore gemacht. Das war ja so, okay. Musst du auch jetzt auch machen. 21 Tore, 15 Elfmeter, aber auch andere. Man kann es auch zu 50% verschieden. Bei deiner Elfmeter-Geschichte. Ja, genau. Bei deiner Elfmeter-Historie ist das wohl dokumentiert. Nein, aber es ist, ja, genau so wie es ist. Du brauchst jemanden, der aber auch so ein bisschen signaliert. Die fehlen jetzt 50 Pflichtspieltore. Die musst du auch fahren. Da musst du einen auf jeden Fall. Ich bin gefühlt d'accord, dass du so... Ich finde das auch gut, so Jovic und so. Der macht ja auch einen guten Eindruck und so, aber er ist erst 19. Da werden auch Phasen kommen, wo da halt nichts passiert so. Das ist keiner, der macht jetzt 15 Tore, aber genau sein. Den brauchst du jetzt auf jeden Fall. Paciencia kann ja diesen Schritt jetzt machen. Paciencia kann theoretisch derjenige sein, der Haller ersetzt. Das wäre ideal. Zumindest den Haller im ersten Jahr. Natürlich wird er jetzt nicht so diesen, glaube ich nicht, diesen Ankerpunkt wird er nicht mehr sein. Vielleicht brauchen wir diesen Ankerpunkt auch gar nicht mehr, weil dieser Ankerpunkt war auch nicht nur positiv, weil du gesehen hast, was passiert ist, als Haller weg war. Dann müsstest du das offensive Mittelfeld aber variabler gestanden. Dann müsstest du dafür das machen. Das passiert ja vielleicht. Es gibt ja Gerüchte, gab es nicht Gerüchte, oder mehr Flüge. Den kann ich nicht bewerten. Kannst du was sagen? Nee, aber du kannst zumindest bewerten, dass man sagt, man sucht nach solchen Spielern, die zumindest irgendwie im offensiven Mittelfeld zu Hause sind. Ich bin ziemlich sicher, dass sie genau nach so einem Spieler suchen. Nicht ein richtiger Zehner, aber so ein Achter Zehner. Und kannst du zu dem was sagen? Ich kenne diesen Spieler auch null. Der ist in der selben Berateragentur wie Garcinovic, wie Remisch und so weiter. Also da ist auf jeden Fall schon mal so ein dicker Draht. Ich habe aber lieber Kontakt zu dieser Agentur wie damals zu Klaus Gerster. die dann gesagt haben, hier hast du Liberopolis, wenn du einen Stürmer suchst. Hier ist Mancios. Hier, Zabella, das Linksverleger. Ganz Krisentalent kann noch 70 Millionen Ton schießen. Also ich habe mich das Profil von dem Ruck da mal angeguckt bei Transfermarkt und ich glaube, ich spiele ein zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld und links kann er noch spielen. Hat jeweils an Sevilla ausgeliehen. Na Red? Ja, und da hat er aber nicht, ich glaube, 11, 12 Spiele nur gemacht. Er hat extrem wenig gespielt. Genau, da hat er mich nicht überzeugt bei Sevilla. An sich gehört er jetzt mal arbeitet im Kreis der Nationalmannschaft. Okay, eigentlich nicht schlecht. Und hat eine Menge Ablösung gekostet damals. Ich sehe da, zwei Titel in seiner Vita. Gehen wir hoch, hast du das? Kroatischer Meister wahrscheinlich, oder? Dinamo Sagtab oder so? Steht das nicht da. Das sieht auf jeden Fall Der Pokal sieht auf jeden Fall schön aus, der Pokal. Nein, aber es geht ja nicht um den Spiel an sich, es geht ja darum zu sagen, okay, es ist jetzt wirklich so, dass wenn, sagen wir mal, wie sind es jetzt positiv? Haller ist weg, weil Haller ist trotzdem auch ein Spieler, der dich in deine Systematik beschränkt, weil er ist kein Konterstürmer. Den kannst du nicht steil schicken und sagen, hier, renn los. Sonst kannst du schon, aber... Ja, kannst du schon, dann hält er vielleicht kurz. Aber Haller war trotzdem auch ein Spieler, der zumindest auch in den ersten Spielen unter Hütter, auch unter Kovac noch, wirklich teilweise, wenn Spielweisen nicht zu jeder Spielweise gepasst hat, weil er halt wirklich keiner ist, dem du den Ball geben kannst und der braucht viel Platz vor sich, der dann irgendwie, wie Rebisch zum Beispiel, einmal so einen Übersteiger machen kann, dass er aussteigen kann, sondern er hat halt immer die anderen besser gemacht. Und wenn du das halt nicht mehr hast, vielleicht geht Hütter wirklich jetzt all-in auf dieses 4-4-2 und dann hast du halt zwei schnelle Stürmer und du hast zwei schnelle Außen und hast von den zwei zentralen Mittelfeldspielern immer einen, der mit nach vorne stößt, der dann auch die Torgefahr so ein bisschen verteilt. Und diese Büffelherde war am Ende auch ausrechenbar. Vielleicht kannst du es ein bisschen mehr verteilen. Und eigentlich dieser offensive zentrale Mittelfeldspieler, das könnte halt so sein. Wenn er fit ist, wenn das optimal läuft, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Aber mit der Systemumstellung, das kann gut sein. Bei Allaire war es aber auch so, dass er sehr gut in der Defensive mitgearbeitet hat. Das war echt eine richtig geile Nummer. Der hat in der Defensive so viele Bälle auch erarbeitet. Vielleicht brauchen wir es nicht mehr, wenn wir ein anderes System haben, aber das wirst du nicht so nachkaufen. Aber dieses schnelle Fußball, dieser Konterfußball, Umschaltfußball, der passt ja auch sehr zu Hütter, der passt eigentlich auch zur gesamten Mannschaft eigentlich ganz gut. Ich meine, passt zu Kostic, passt zu der Koster, passt zu... Das hat schon extrem gut funktioniert mit dem Allaire. Wenn dir nichts einfällt, der langen Ball nach vorne. Der hat jedes einzelne, beschissene Koffer... Ich stelle mal eine Gegenthese auf. Oder er nimmt den Ball runter und dann in der Zeit, wo er ihn dann verteilen kann, alle nachrücken... Dass Jovic so gut geworden ist, lag auch mindestens zu 30% an ihm. Das muss man sagen, das hast du gesehen, als er nicht mehr da ist. Aber jetzt ist Jovic weg. Das ist ja auch nochmal die Frage. Aber er könnte zum Beispiel die Arbeit, die er für Jovic gemacht hat, hätte er jetzt für einen anderen Stürmer machen können. Ich war jetzt beim... Ich weiß jetzt, wir spielen auf dem Mittfeld jetzt auch anders, mit so... Ja, wer weiß das? Ich bin mir nicht sicher, weil die Kofferpflichtung hat mich ein bisschen irritiert, was diese spielerische Klasse betrifft. Leute, wir wollen jetzt doch... Ich war jetzt beim Auftakttraining und da hast du echt nochmal gesehen, was der Allaire für einen Effekt hat. Weil der Kamada um ihn rumgespielt hat und ohne Scheiß, der war... hat so von ihm profitiert. Der Allaire hat wirklich ständig die Bälle rübergelegt. Kamada war ständig... Ball auf Allaire und zack, der legt ihn rüber zu Kamada. Der schafft Räume so. Die Gegenspieler sind konzentriert auf Allaire. Das ist schon... Das wird schon ein Brett, den zu ersetzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das sehr, sehr schwer wird. Wir haben jetzt natürlich überhaupt noch gar nicht über Kamada gesprochen. Natürlich, weil er jetzt eigentlich für uns erstmal in diesem Kader ist. Und ich glaube, wir wollen auch, glaube ich, alle gar nicht, dass er geht. Also überraschend. Hat er jetzt auch gesagt. Er hat gesagt, es ist kein Gespräch mit dem Trainer geplant. Ich bleibe. Ich denke gar nicht daran, den Verein zu weg. Was will ich jetzt nicht erst mal hier wegkriegen? Er strakt sich nicht aus. Der strakt sich in den Verein. Aber finde ich auch mal ganz geil. Also habe ich auch Druck drauf. Weil nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, auch bei dem zweiten Testspiel, da sah das auch wieder besser aus. Insofern, why not? Es bleibt halt, dass für uns der Allertransfer traurig ist, sage ich mal, aus der persönlichen Ebene der Spieler. Aber wir ersetzen ja nicht eins zu eins, oder? Wir sagen, okay, Pacencia könnte eine ähnliche Rolle spielen. Matheta? Ist zu teuer. Ja, klar. Von 50 muss nach 30 nach Mainz gehen. Matheta habe ich nämlich auch gedacht, als ich den Preis gehört habe. Der war vor 30 nach Mainz. Ja, das geht. Das kannst du nicht bringen, ey. Ich glaube, ehrlich gesagt, den kriegst du nicht für 30? Ich glaube, Mainz 05 kriegt genauso viel wie wie für Haller. Ja, genau. Das irritiert mich. Das glaube ich nicht. Genauso, dass das Joey Linton... Joey Linton, 40 Millionen gewohnt. Das ist doch das, was mich stört. Da waren im Winter schon 60 im Gespräch. Da fällt mir jeder glauben... Joey Linton hat echt nicht 60 Millionen Stürmer. In diesem Vergleich, verstehe ich das. Das meine ich ja. Das ist das, wenn ich dann sehe, okay, Mainz ruft für Matheta 45 Millionen auf. Dann sage ich ja, ganz ehrlich, Leute, dann will ich für Halle 55. Natürlich sind das jetzt nur 10 Millionen, Anführungszeichen. Ich will auch mich gar nicht daran festbeißen. Ich habe dem begründet das so ein bisschen die Skepsis, die ich da ablösengegen habe. Aber wir können uns jetzt nicht mehr damit beschäftigen, weil die sind jetzt weg. Jovic und Halle sind weg. Rebic, um das Gespräch jetzt weiter irgendwie so ein Eichmaß zu finden, Rebic sehen wir auch als weg an, oder? Das heißt, wir diskutieren jetzt nicht mehr über mögliche Systematiken mit Rebic. Das heißt, nee, das finde ich aber gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, für uns ist der Punkt hier alle klar, dass die Rebic-Kause beendet wird. Das heißt, das ist auch traurig. Das ist auch traurig. Da muss man sich, wir hatten das, Marvin und ich hatten das immer am Ende der letzten Saison immer wieder im Eintra-Portrags auch gesagt, Leute, macht euch bewusst in was für einer Zeit ihr euch gerade befindet und esst das mit dem ganz großen Löffel, weil das ist eine Mannschaft und du hast vorhin deinen Neffen angesprochen. Das ist die Mannschaft für Stefan Reichs Neffen, was für uns damals Joboa, Bein und Kotscha war und wir wussten, mit welchen falschen Versprechungen wir in diese Fanliebe reingelockt wurden. Das kann in der ganzen Fangengeneration jetzt auch passieren, die denken, und dann musst du halt gucken, wie Jovelic 50 Mann vor sich schießt. Ich habe ja zwei kleine Neffen und ich arbeite seit zwei, drei Jahren, jetzt die sind sieben und neun und ich arbeite hart, wirklich, das ist eine harte Arbeit, die zu Eintracht zu bringen. Der Vater, der ist nicht fußballinteressiert und so und ich habe da diese Rolle übernommen, das war bei mir damals auch der Onkel. Das liegt mir auch am Herzen, ich investiere viel in Energie und Zeit und so weiter und jetzt habe ich sie soweit. Das war auch in den letzten zwei Jahren wirklich, da hast du ja viele Argumente, Pokalsieg und plötzlich so totale Superstars und vor allem für den Großen war Jovic halt voll das Ding. Und jetzt habe ich ihn vor zwei, drei Wochen wieder gesehen aus einer Hochzeit und dann kam er so an, wir reden dann immer über die Eintracht, so ja und jetzt ist der Jovic ja gegangen, war so ganz enttäuscht und ich so, ja, guck mal, es sind ja auch noch andere und so und der ist ja auch zu Real Madrid und so, es ist doch schön, dass er da war und dann hast du es aber gemerkt, es geht ihm schon nah und dann hat er so dann irgendwann so trotzig gesagt, ach, weißt du was, ab jetzt ist der Lieblingsspieler, er ist mein Lieblingsspieler, der Haller. Seitdem halt Stefan Reißig auch bin ich mehr bei ihm gemeldet. Den ganzen Tag denke ich schon drüber nach, ob ich dann mal anrufe und frage, ob alles okay ist. Dann nimm das Rebbit hier. Oh, du Schatz. In ein paar Wochen dann sagt er zu mir so, ach, egal, dann ist der Zimmermann, der drin Torwart, der ist auch ganz okay. Oh Gott, musste jemanden wie einen Russen nehmen oder so. Alle anderen weg. Der hier im anderen Podcast ja eine wilde Historie schon einige Male weggesprochen wurde. Ja, aber es ist doch interessant. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt in der Weiterführenden-Diskussion auf einigen, ist die Büffelherde weg und Paciencia, Juvejic und Kamara sind die drei Stürmer. Was hat die denn von dem Spieler, der seit heute im Gespräch ist, von Amiri? Alter, das fände ich wäre eine absolute Rakete. Und ich sage dir warum. Das ist nicht nur spielerisch, wäre das eine totale Bereicherung. Der ist ein bisschen verletzungsanfällig, da muss man aufpassen. Aber spielerisch das ist genau der Spieler, den du brauchst. Weil der ist sauschnell. Das ist genau so eine Mischung aus Achter und Zehner. Der ist super kreativ, der ist torgefährlich. Und was ich persönlich am allergeilsten fände, du würdest diesen blöden Witz-Milliardärsverein da aus irgendwas heim, würdest du einfach für 15 Millionen den geilsten Spieler wegnehmen und sagen, hier, ciao. Wie sich die Zeiten geändert haben. Da bricht ja auch alles zusammen. Das würde mir persönlich wirklich so gut. Und das würde ich total, ich bin komplett bei euch, das weiß ich aus mehreren Gründen würde ich total geil finden. Weil wir reden hier über Ameri, U21-Nationalspieler. Interessanterweise hat die Eintracht bislang die Verpflichtung, natürlich Ovalid, aber auch zwei deutsche Spieler geholt. Wir haben die ganze Zeit darüber, Internationalität darüber gesprochen. Aber wie lustig wäre das, wenn die Eintracht mit der Internationalität das Geld verdient hat. Aber im Endeffekt würden wir dann mit diesem Geld jetzt die Spieler holen, die wir auch da wollten, aber nicht finanzieren konnten. Und wir in Ameri, der ein richtig geiler Spieler ist. Absolut. Ich würde auch, wir können auf jeden Fall nochmal über Anton sprechen. Als Kind war der Frankfurt-Fan. Ja, okay. Oder war es der Lautern-Jugend. Ja gut, das ist ja gut. Da kann er ja jetzt auch nichts für. Nee, aber das ist doch genau das, was wir vorhin bei Ruck von Erpel hatten. Das kann wirklich auf eine Systemänderung hinweisen, im Sinne von, okay, vielleicht wird in diesem System Platz geschaffen für einen wirklichen Zehner, weil in der Büffelerde gab es ja keinen, war Rewitsch manchmal auf der Zehner, aber wirklich zu Recht hat er seine Füße da auch nicht gekriegt. Und das könnte ja dafür sprechen, dass wir auch ein anderes Spiel kriegen, wo es auch mal ein Zentrum ist, wo einer auch mal vom Sechzehner abzieht. So, weißt du, du spielst dich gar nicht mehr über die Außen und dann Haller-Kopfball oder irgendetwas, sondern da steht einer irgendwie am Sechzehner-Counter und wächst das Ding in den Winkel. Ja, Ameri, 15 Mal. So, oder? Nee, wie wäre schon passiert. Nee, wie wäre schon passiert. Nee, wie wäre schon passiert. Aber wo sollen denn die ganzen zentralen Mittelfallspieler hin? Also, So, Kor, Rode, Rode, wen hattest du? Ja, die werden nicht alle holen. Ja, natürlich, aber da kommen ja schon noch ein paar hin. Dann hast du noch, auf der Bank hast du noch die Fernandes und die Guzmaner. Du musst jetzt, vergesst mir den Stendera nicht, ja? Ja, du musst ja viele verkaufen jetzt auch. Ja, genau. Ich bin ein Fivizarraute oder so. Prinzipiell, genau. Wenn dann, keine Ahnung, werden sie, was weiß ich, halt mit zwei Sechtern spielen, wo einer halt ein offensiverer Achter ist. Oder du spielst halt mit zwei, also Sechser, Achter und dann noch einer davor. Kannst ja auch eine hängende Spitze ausmachen. Das ist halt die Frage, wenn du Fünferkette spielst, hast du ja auch eigentlich drei Mittelfeldspieler. Also du hast es ja, du hast fünf, fünf, drei, zwei. Vier, zwei, drei, eins. Ja, eben. Es gibt ja viele taktische Möglichkeiten und ich bin froh, wenn wir lieber zu viel als zu wenig Mittelfeldspieler haben, weil wir haben die letzte Rückrunde gesehen. Vor allem, wenn das Amiri sind, Alter. Also Amiri war wirklich eine Goldlösung. Wo kommt das Gerücht eigentlich her? Frankfurt Rundschau. Okay, also eigentlich kein Schwachsinn. Nee. Kicker ist auch gestiegen. Aha. 15 Millionen. Die Anzeigen verdichten sich, glaube ich. 15 Millionen. Das ist ein lächerlicher Pass. Das ist ein Ausstiegs-Dase. Nee, sofort hin. Sofort hin. Dem Hopp das direkt, weißt du, so einen Check unterschreiben und dem Hopp direkt so einen Anzug in die Sackotasche schicken. Sag nicht, von wem das hast du. Hilfe dich. Kauf dir ein Eis, ey. Aber genau, aber da kommt doch genau wieder das rein, was ihr eben gerade gesagt habt. Da kommt doch genau das rein, wenn die Eintracht dann genau dieser Superverein ist, der denn eine ganz geile Zwischenstation findet, ganz groß ist, dann sind wir doch einfach... Ich würde das die Entwicklung wirklich auch mal klagenkundig machen. Ja, klar. Zu sagen, okay, die Eintracht ist jetzt in der Lage, einen Spieler wie Amiri zuhören. Manche haben das schon bei Kor gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Nein, das war ja nicht. Aber bei Eintracht ist das ganz klar. Nein, aber Amiri wäre wirklich auch ein Zeichen, weil das ein Spieler ist, den schnappst du dann vor allem wie Leverkusen weg. Da schnappst du nicht irgendwie Freiburg oder Mais einen Spieler weg, sondern du schnappst Leverkusen einen Spieler weg. Das wäre schon eine Ansage. Das wäre schon richtig. Wie wäre es mit Schölle? Also ich muss sagen... Du verlasst die Sendung. Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Ich habe in den letzten Wochen immer mal an denen gedacht, wenn es so wie ist in Dortmund darf er nicht mehr mittrainieren und so weiter und das freigestellt und was auch immer so. Der ist natürlich irgendwie verdorben, was das Gehalt angeht. Und ich muss aber sagen, dass ich den früher echt immer geil fand, so bis zur WM. Und dann hat der aber natürlich diesen ziemlichen Segelflug hingelegt. Ich finde es aber absolut überhaupt nicht in Ordnung, wie mit dem immer umgegangen wurde in der Öffentlichkeit. Das ist ja fast... Das hat sich ein bisschen verselbstständigt fast irgendwie im Internet so, dass das ja wirklich so eine Art Meme wurde, irgendwie André Schürde zu verarschen. Ich finde, das ist vom Ding her ein richtig galer Kicker und das ist so ein typischer Fall von Kostic oder Boateng oder so, weißt du, Leute, die zum Eintracht kommen und irgendwie oder auch Hinterlager. Selbst du hast auch ein Spieler, wo du das Gefühl hast, okay, der braucht halt ein bisschen Nestwärme und ein bisschen Gegenliebe so von den Leuten und dann funktioniert das. Ich glaube, Schürde ist auch so einer. Wenn der in so ein Umfeld kommt wie bei Mainz damals, wo er sich wohlfühlt, wo er einen Trainer hat, der auf ihn baut, ich glaube, der könnte durchstarten. Ich bin auch für Schürde. Ich glaube auch, dass der es nochmal wissen will. Der will nicht als totaler Vollverlierer mit 28 aus der Karriere gehen und sich bei Fenerbahce oder in China oder was auch immer irgendwie noch kicken. Am liebsten wäre so eine Laie, zwei Millionen Leihgebühr, was auch immer und dann laden wir den. Schauen wir uns den mal ein, weil in dem System, was auf Flügelspiele ausgelegt ist. Warum denn nicht? Wir brauchen auf jeden Fall ja noch Auslager. Der hat ja auch, der war bei Fuller mehr gar nicht so schlecht. Nö, überhaupt nicht. Das hat man auch getroffen. Also er hat regelmäßig getroffen, aber was ich sehe, wir müssen sagen, wir sitzen heute zum allerersten Mal seit langer Zeit irgendwie mal alle zusammen und können uns auch mal die Augen schauen, sondern nicht bei Studiolink. Deswegen sehe ich aber über Basti deutlich die Skepsis erläutert. Für mich ist Schürr der eine der überschätztesten deutschen Fußballer aller Zeiten. Tatsächlich. Also ich fand, der hat den Mainz wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Mir ist er aber da schon, vielleicht bin ich auch ein bisschen vorhin genommen, als er wirklich angefangen hat, auf sich aufmerksam zu machen, habe ich eine Szene, da hat Mainz in Bochum gespielt und da hat dieser Hype um ihn angefangen. Und dann ist er allein aufs Tor gelaufen und hat irgendwie aus einer völlig unnötigen Position drauf gewolzt. Und das sind für mich Spieler, das ist für mich ein Spieler, Timo Beiner. Muss er versuchen. Nein, ich kann sowas nicht leiden. Wahrscheinlich hat jemand Gönn dir gerufen. Ja, damals schon wirklich. Der hat auch in seiner Zeit in Leverkusen gab es viele, viele Stimmen, die sagen, dass die Mitspieler von ihm genervt sind, weil der halt dann denkt, okay, er hat einen harten Schuss, hat er ja auch, und schießt aber einmal zu oft. Und das sind für mich Spieler, die machen mich als Zuschauer wahnsinnig und wenn die nicht abspielen. Und ich glaube, die können auch ein Team wahnsinnig machen. Ich weiß nicht inwieweit, natürlich habt ihr recht, es gibt schlimmere Sachen, die über Boateng gesagt wurden. Über Kostic haben wir schon, was weiß ich, die haben wahrscheinlich gedacht, Kostic wird hier die Stadt abbrennen, wenn er hier zu uns kommt und haben gesagt, wir steigen auch jetzt mit ihm ab. Rebe. Klar kann das, genau. Und das ist das Ding. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war ich wahrscheinlich bei Kostic und da rebe ich nicht eng genug dran, dass ich da meine verfestigte Meinung nicht so hatte. Bei Schöle ist es so, ich habe ihn echt intensiv verfolgt, weil ich damals auch dachte, das ist ein geiler Kicker. Ich fand aber trotzdem, dass er oft auf dem Platz immer die falschen Entscheidungen getroffen hat und das trotzdem nicht eingesehen hat. Also für mich ist es ein unsympathischer Spieler. Das ist aber nur meiner Meinung nach. Natürlich lasse ich mich davon überzeugen, zu sagen, ey, wenn der Ja kommt, schießt zwölf Tore, dann bin ich der Letzte, der sagt Schöle trotzdem raus. Aber das ist jetzt das Dreck. So Meisterschaft geschossen, aber nur zwölf Tore. Nee, aber ich muss sagen, Schöle würde ich tatsächlich auch, weil ich gesagt habe, der hat ein hohes Preisschild, da müssen wir mal gucken, wie die Konditionen sind. Den würde ich mit einem Fragezeichen versinnen wollen und würde lieber irgendwelche Alternativen haben, zumal der dir auch keine großartige Wertsteigerung mehr garantiert, im Sinne von, okay, du kriegst jetzt einen Kaderplatz, du kriegst auch Aufmerksamkeit, muss man auch sagen. Die würde ich vielleicht lieber anders nutzen, zu sagen, okay, da stelle ich einen Spieler hin, der ist jünger als du und für den kriegen wir dann auch, für den kriegen wir keine 40 Millionen mehr, sondern der wird dann irgendwie hier aufhören und vielleicht von uns aus auch in den USA gehen. Aber ich finde, das ist ja vom Potenzial her ein Spieler, der müsste eigentlich 40 Millionen wert sein. Also der hat jetzt einfach zwei, drei schlechte Jahre. Fakt ist aber, dass er wirklich drei echt beschissene sind. Da musst du auch mal ein bisschen drauf gucken. Also der ist ja nach der Weltmeisterschaft, der war ja bei Chelsea, ist Weltmeister geworden, ist dann wieder zurück zu Chelsea, hat unter Mourinho irgendwie relativ viel von der Vorbereitung verpasst, ist dann in Unglade gefallen. Wenn du bei Mourinho einmal draußen bist, dann wird es schwierig. Er ist dann nach einem Jahr zu Wolfsburg gegangen, das darfst du eh nicht machen. Jeder, der zu Wolfsburg geht, wird schlechter. Das ist genau wie Leverkusen. Und ein Spieler, der irgendwie Entscheidungen trifft, und sagt, Chelsea ist geil, Wolfsburg ist geil, Leverkusen ist geil. Die Entscheidung trifft ja auch jemanden. Ja, genau. Zu denken, vielleicht will ich gar nicht, dass du hierher kommst, geh nach Hoffnung. Okay, du hast den Punkt. Aber was ich sagen will, Wolfsburg, scheiß Karriereweg, so gar keine Frage. Was machst du denn hier? So wie Junus Mally, ist auch ein geiler Kicker, geht hin, wird schlecht. Alle gehen da hin und werden schlecht, bis auf Kevin De Bruyne. Und dann zu Dortmund, da war er viel verletzt, dann Full-Am, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, was ihn da geritten hat. Prinzipiell, der hat sicherlich nicht alles verlernt in drei Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der ist sauschnell, der ist relativ torgefährlich, der bringt eigentlich viel mit, um ein richtig geiler, überdurchschnittlicher Fußballer zu sein, der für einen Verein wie André Frankfurt eigentlich nicht zu verpflichten ist. Okay. Ja, aber das war halt dadurch, dass er die letzten Jahre halt so ein Mist gespielt hat und auch Pech hatte. Ganz klar, für mich war halt genau der Punkt, ey, dass er nach Full-Am gegangen ist. Kostetsch hat auch zwei Scheisse gespielt. Ja klar, aber dass er nach Full-Am gegangen ist, whatever. Das finde ich überhaupt nicht dramatisch, das Spielprax ist. Ich fand eher den Wolfsburg-Move mega strange und ich kann halt nicht verstehen, dass ein Spieler wie er der teuerste deutsche Fußballer ist, weil er hat genau die allermeisten Ablösungen so eingehakt. Sind es sogar immer noch der Rekordeinkauf für Dortmund? Vielleicht. War er das? Ja? 38 Millionen hat er gesagt. Ich glaube auch und du weißt halt nicht, du weißt halt nicht, was du mit diesem Geld machen sollst. Abschreiben. Völlig absurd halt. Also, ja, da scheiden sich auf jeden Fall die Geister, ich will es auch nicht komplett ausschließen, ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert. War ja auch ein sehr vages Gerücht, was man sagen muss. Eigentlich hat sich die Presse heute ein bisschen lächerlich gemacht, im Sinne von, dass irgendein Troll im Transfermarkt-Forum was schreibt, Transfermarkt übernimmt das selber und dann landet das irgendwie in einem Bezahlartikel von Waschland. Ja, also Leute. Nee, sag mal, das war noch schlimmer, das hat irgendein Dude hat das im Eintracht-Forum gepostet, man hätte ihn beim Training gesehen oder so oder an der Arena oder so und dann kam raus, dass irgendwelche Trainingskibitze sich in Spaß erlaubt haben und den Ordnern gesagt haben, die sollen das Gerücht mal streuen, was die dann gemacht haben. Dann ist das so im Internet gelandet, darüber ist das dann im Transfermarkt.de-Forum gelandet, und darüber hat Transfermarkt.de das dann auf die Seite genommen und darüber haben das dann die Ruhrnachrichten in den Bezahlartikeln umgefallen. Und wir haben es besprochen im Eintracht-Podcast. Wollen wir vielleicht auch so ein Ding heute starten? Ja, lass doch mal. Also wir waren vorhin am Gutes, haben den Fußmann 2000 aufgenommen, das ist ja, ich weiß ja, das sah ein bisschen aus wie Ballotelli. Ich hab's ja letzte Woche schon gesagt, für mich die Kauter Ballotelli war nicht abgeschlossen. Also ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Da haben letztes Jahr schon Leute fantasiert. Ja, gut, Ballotelli wäre halt eine Aussage. Also ich sag mal so, Bobic ist auf jeden Fall keiner, der sowas unbedingt nicht macht. Nö. Also Boateng hat glaube ich auch irgendwie nichts. Aber ich meine, wenn wir darüber reden, ist das so schön und ich bezahlen kann, wie willst du dann das Gehalt von Ballotelli bezahlen? Aber es muss halt auch uns schnell entgegenkommen. Der Traum ist ein Bett nach. Aber jetzt mal bei aller Suriität. Ich glaube, also das, was Bobic und Manga und Hypne die letzten drei Jahre bewiesen haben, ist, dass sie immer Lösungen haben. Und die müssen auch vorbereitet sein. Natürlich. Die wissen das. Das ist genau der Punkt. Finde ich super, dass du es ansprichst. Denn das ist genau das. Wenn die das jetzt als offizielles Press-Statement bei Twitter raushauen, dann sind die sich noch im Klaren darüber, dass die drei Alternativen in der Tasche haben. Und die haben vorhin noch nichts gesagt. Also es gibt immer noch keine Aussage von, also ich meine, der Wechsel ist durch, aber ich meine eine Erklärung oder irgendein Statement von Bobic oder Hypner gibt es noch nicht. Ich finde, das ist auch so ein bisschen mit das Geilste, was irgendwie, also jetzt natürlich neben diesem ganzen sportlichen Erfolg, der plötzlich am Start ist, aber so ein geiler Nebeneffekt an Bobic und Hypner und so weiter ist in den letzten drei Jahren, dass du immer mal wieder diese Momente hast in den Transferfenstern, dass du so irgendwie die Eintracht-App aufmachst oder Transfermarkt.de oder so ein Scheiß und dann springt dir plötzlich so ein Ruben irgendwas aus Spanien entgegen, den sie irgendwo ausgebuddelt haben und dann denkst du, okay, geil, was ist das denn jetzt so? Das finde ich schon sexy und zwei von drei davon sind halt super. Immer hier jubelt, Alers, was auch immer, kannte ich alle nicht vorher. Alles totale Raketen. Und darum geht es ja und ich glaube, das müssen wir uns auch jetzt bei der Transferphase wieder klar machen, wenn wir einen Knaller fordern. Ich glaube nicht, dass wir auf den ersten Blick wissen, dass es ein Knaller ist. Du kannst vielleicht so einen Ameri-Transferen, weil das sehr, sehr günstig wäre für 15 Millionen. Aber wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel ein HLR-Ersatz in Anführungszeichen nicht unbedingt der Spieler ist, wo wir sagen, ach geil, endlich kommt er. Also ich glaube, diesen Effekt, auf den müssen wir halt verzichten und müssen warten, bis er auf dem Platz stattfindet. Also wer weiß das schon. Vielleicht ist auch Jovelic nach acht Spieltagen Stammspieler und hat schon viel Tore. Aber ich bin mir auch sicher, dass der Neuzugang wieder aus einer eher unbekannteren Liga, also jetzt nicht aus der Bundesliga kommen wird. Das ist Bobic untypisch, dass er aus der Bundesliga kommt. Also Ameri doch nicht. Ja, vielleicht der zusätzliche, aber ich meine den Stürmer eher. Also den Stürmer würde ich auch sagen. Der Stürmer könnte Frank Ralf oder Real Madrid B oder so. Ja gut, der ist 18. Also pass mal. Sein großen Bruder. Es gab noch so einen anderen Spieler von Real Madrid, Christo heißt der. Ja, der ist gerade zu wechseln. Genau, zu Udine. Ah, okay, alles klar. Ja, aber ich glaube schon, dass wir da im Gegensatz zur Vergangenheit relativ... Also ich bin sehr, sehr froh, dass Bruchhagen damals nicht diese Transferlöse hatte, sondern dass die das jetzt haben. Alter, der hätte 28 Mal Selim Theber geholt. Stell dir mal vor, du hättest Bruchhagen 60 Millionen in die Hand gegeben. Ach so, scheiße. Der hätte den Madawiki angerufen und gefragt, hier hast du noch ein paar Freunde. So mein Gott, erst mal hätte er das Kicker-Sonderheft-Abo. Ja, genau. Drei Jahre länger scouten. Jawohl. Ich wäre am Herzen, das hätte er doch mal Ben Hatira gekauft. Nee, der Bruchhagen hätte Freud vergönntet. Der zehnte Platz ist gesichert für die nächsten Jahre. Cool Ma. Das ist auch der strangeste Transfer aller Zeiten. Du holst ihn, verletzten Cool Ma, dann ist er im Winter wieder fit, gibst ihn aber dann ab. Das heißt, du hast ihn einfach nur ein halbes Jahr verletzt gar nicht. Das heißt, war dieser Leonard Kvölker. Das ist drei Mal so gut, wie kommen wir jetzt? Betrruckene Lohrad, ey. Der hat bei mir in Dunland vor einem Prachter war gespielt. Er schießt alles kurz und klein, sowas habe ich noch nie gesehen. Er konnte nicht mal eine Liegestütze machen. Er sah aus, als wenn er ganze Familien auslöschen könnte, da konnte ich keine Liegestütze. Da konnte ich keine Liegestütze und dann hat er im Trainingslager im ersten Test, der hat die ganze Zeit vor einer Mittlinie geschossen. Arme Mann, die Rallye war. Ach du Scheiße. Ja, im Endeffekt behandeln wir jetzt schon die neue Kategorie im Grunde. Da können wir vielleicht nahe dazu kommen. Aber ich finde es gut. Also es ist jetzt im Endeffekt so, dass wir sagen, wir gehen damit d'accord, dass die Eintracht halt jetzt diese Erlöse immerhin eingesammelt hat, was für die Eintracht untypisch ist. Wir sagen auch Aler, das war eh klar, dass es irgendwann passiert. West Ham, okay, können wir drüber reden. De facto haben wir richtig viel Geld eingenommen. Rebic ist auch klar, dass er am Ende uns verlassen wird. Jetzt will ich euch nochmal fragen, wie sieht es denn dann aus, wenn du an neue Spiele herantrittst? Ist es unabhängig oder ist es abhängig davon, wer momentan im Kader ist? Ist es belastet, mögliche Verhandlungen zu sagen, okay, Aler ist halt jetzt nicht mehr da oder ist es scheißegal? Ich meine, wir haben hier eben das Anliegen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also ich glaube, Stefan hat es vorhin schon gesagt, oder hast du es hier gesagt oder bei Fußballzeit? Ich glaube, dass du das auch ne, das Trapp zum Beispiel wahrscheinlich... Auf jeden Fall auch hören und gucken. Auf jeden Fall, dass Trapp zum Beispiel nicht begeistert war. Zu sagen, ja Leute, die Ambitionen, die ich habe, die ich auch in die Mannschaft transportiere, die unterstreicht man so nicht. Also du musst ja dem Trapp dann auch sagen, okay, du unterschreibst jetzt hier vielleicht für drei Jahre und davon sind eineinhalb, zwei Jahre auch Projektarbeit. Im Sinne von, okay, du musst halt damit leben, dass du vielleicht ein Torwart bist, der beim Tabellenzwölften ist. Bist du dazu bereit? Und dann ist ja die Frage, aber finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn Trapp das nicht macht, dann soll er es halt nicht machen. Also so ist es halt so. Und ich glaube zum Beispiel, dass sich die Frage bei Rode oder Hinteregger, von denen ich auch hoffe, dass die beiden jetzt mit dem Geld fest verpflichtet werden, bei denen stellt sich die Frage, glaube ich, ich glaube nicht, dass Hinteregger sagt, was macht sie doch. Aber dann bleiben wir nochmal bei der Personalie. Kevin Trapp. Wurde jetzt gerichtet, dass Paris es ihn nicht zwingend behalten will, sondern dass er vielleicht zu Porto wechselt. Porto scheint interessiert. Was ist das für uns? Ist das für uns jetzt schlimm? Wollen wir sagen, okay, dann machen wir es halt nicht? Das Ding ist, wir brauchen auf jeden Fall ein Torwart. Können wir uns darauf einigen? Absolut, ja. Renau ist nicht in der Lage, Nummer eins zu spielen. Jedes Mal, wie ich den sehe, ist der so unsicher und so. Also er strahlt überhaupt keine Ruhe aus. Was ist mit Renau passiert? Der war doch da vorne. Keine Ahnung, der ist, glaube ich, also nicht aus diesem, der kam ja auch als zumindest irgendwie so ein erweitertes Talent, würde ich sagen. Der war ja auch, also komm, es wäre halt 23, 24 oder so. Ich glaube, der hat einfach in letzter Konsequenz. Ja, aber der hat immer nur in Dänemark gespielt bis dahin. Verletzke auch. Aber bei dem hatte ich nie das Gefühl, dass der irgendwie auch nur ansonsten in der Lage ist, Bundesliga zu spielen. Der hatte auch nicht irgendwie, der hatte nicht dieses gräfige, was Torhüter am Tag ist. Er ist halt auch nicht diese Persönlichkeit. Ja, ja. Er könnte natürlich auch Muscheln umdrehen in Dänemark, so halberuflich, und das ist dann auch in Ordnung. Kann man auch machen. Ja, aber logisch auf jeden Fall. Geht das auch. Sollten auch wieder so rufen. Muschelschubser ist da wirklich. Ja, auf jeden Fall. Aber am Ende ist es nicht so kamerismatisch. Ja, geht nicht. Ich glaube, das ist genau das, was du brauchst, um diese Phase zu durchstehen. Wenn du charismatisch bist, dann kannst du es irgendwie umgehen. Dann machst du irgendwie, keine Ahnung, gibst Interviews und, weiß ich nicht, verhält sich neben den Platz oder in gewissen Situationen irgendwie so, dass du denkst, okay, der hat ein Gain für die Mannschaft, der Typ. Stell dir mal vor, ganz im Ernst, stell dir mal vor, irgendwie Krisensituationen, steht 0 zu 2 gegen, was weiß ich, irgendwo Augsburg oder so. Da kannst du dir mal nicht vorstellen, dass der zum Beispiel jetzt mal zum Hinterherrennt und den schüttelt. Nein, aber wir hatten es auch in letzter Folge schon im Eintra-Podcast. Die Sache bei Renau ist einfach auch, dafür kann er nicht unbedingt was, aber er hat halt diese Unglücklichheit gehabt, der hat gegen Bayern im Supercup nicht gut ausgesehen, der hat jetzt im Testspiel gegen Wolfsburg kürzlich nicht gut ausgesehen, der hat jetzt im Testspiel gegen Bayern auch nicht gut ausgesehen. Das erste Tor sah aus, als wäre das ein FIFA-Bug. Also wie er da weggehüpft ist, sah ganz merkwürdig aus. Und selbst wenn er ein guter Torwart ist, glaube ich nicht mehr, dass er selbst und auch wir als Umfeld ihm die Zeit geben, zu sagen, okay, du kannst jetzt auch am ersten Spieltag einen Fehler machen. Stellt euch vor, erster Spieltag Trapp macht einen Fehler. Das sind die Diskussionen, glaube ich, nicht so groß. Stell dir vor, erster Spieltag Renau wirft sich selber ein Ball ins Tor. Dann stehst du da und denkst, er hat einfach nicht das Standing, um auch Fehler zu machen momentan. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Sache, die sich verselbstständigt hat. Und so schade wie das ist, das können wir leider nicht ändern. Also er hat auch nichts dafür getan, nur weil ich mal ein Video gesehen habe, wie er in der Kleinmarkthalle einkaufen geht. Das hat mich noch nicht überzeugt. Kann sein, dass er ein Opfer dieser Umstellung der Eintracht geworden ist. Kann sein, dass er einfach ein Opfer auch der Umstände geworden ist, dass der Eintracht jetzt einfach auf einem anderen Level sich befindet. Weil vor ein paar Jahren ist auch Kevin Trapp ja gekommen, das erste Spiel, was er gemacht hat. Er ist ja mit einer roten Karte glaube ich im Pokal-Spieler. 100 Grad. Ja, genau. Dass wir mit Abwasser abgesprüht wurden. Genau. Also ich meine, von Scheiß-Spiel, er hat nicht gut ausgesehen, aber trotzdem ist es weitergegangen. Das ist halt aber heute ein anderes Niveau, glaube ich. Und gerade für Renaud, der halt nicht dieser Typ ist, der Kevin Trapp damals schon in Kaiserslautern war. Ey, du musst als Torhüter wenigstens einen Hauch von Olli Kahn in dir tragen. Und das hat der gar nicht, Alter. Der hat gar nichts davor. Der sieht halt aus wie ein Vanilla Ninja. Ja, das ist wirklich geil. Er ist ja so schick. Nein, es tut mir nicht, es ist ja auch gar nicht böse gemeint, wenn uns hier die Tiere fleuchen und kreuchen. Das heißt aber, ne, ich hoffe nicht. Also im Ganzen, na, zu. Na ja, na ja, gut. Das kann ich nicht drüber reden, auf jeden Fall. Aber es ist für uns ganz klar, Kevin Trapp oder halt jemand anders. Aber es muss jemand kommen. Das ist aber die Frage und das fehlt mir so ein bisschen. Die Eintracht hat das ja jetzt mit Anton haben wir ein Druckmittel bei Hinteregger. Du hast im Mittelfeld auch immer mehr Optionen. Aber du hast keins beim Torhüter. Die Torwartposition höre ich gar nichts. Also zu sagen, dass du Paris auch sagst, ja Leute, dann, wenn Porto euch fünf Minuten gibt und... Komm einfach dazu, alles gut. Hi. Hallo. Wenn Porto... Wenn du nach Porto willst, dann ist es halt so. Dann geh. Wir können, keine Ahnung, Schwolo von Freiburg. Keine Ahnung. Schwolo ist immer noch mit dem schlimmsten Namen. Baumann von... Hoffenheim. Ey, das ist ein Großangriff auf Hoffenheim. Das ist einfach nur das als zweiten Torhüter und dann holen wir drei. Fleddern, ey. Einfach nur, weil wir das können wir auch noch. Ja, nur weil wir das können. Was kannst du denn noch? Komm, den holen wir auch noch. Kramaric ist gar nicht so lustig. Heute wäre mega, ey. Das fände ich auch mega. Aber der ist zu teuer. Da wollen die auch 40 oder so. Aber welche Optionen gibt es denn auf der Torhüter-Position? Lass uns doch mal da bleiben. Also ganz konkret, ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das mit Trapp was wird. So, der will ja und die anderen will auch und Paris braucht den nicht. Paris braucht auch Geld, tatsächlich. Allein mit dieser Financial Fairplay-Sache. Ganz konkret, in der Bundesliga würde mir jetzt keiner ins Auge springen. Ich bin ja großer Fan von dem Typen, der bei Augsburg war, der Kobel. Der gehört tatsächlich Hoffenheim. Aber Augsburg will ich glaube ich selber festverrichten. Das ist, der gilt in seinem Jahrgang irgendwie mit als das größte Talent und ich habe den ein, zwei Mal gesehen und das ist schon ein ziemlich Ausnahmetalent so. Ansonsten, ganz konkret wüsste ich jetzt keinen. Ja, das ist schwierig. Es gibt nicht mehr so viele gute deutsche Toreter. Früher hättest du wirklich sagen können, na der hockt da auf der Bank, der hockt da auf der Bank. Naja, die Torhüter, die halt jetzt noch recht gut sind, die sind jetzt auch auf der Liste von den absoluten Top-Vereinen. Nübel zum Beispiel, der wird jetzt nicht zu Eintracht gehen. Auch wenn er jetzt, warum soll der zu Eintracht gehen? Aber es gibt halt keinen Grund. Fährmann. Vielleicht war er auch zu England gegangen. Fährmann ist schon weg. Ist schon weg, siehst du das auch krass? Noch auch weg. Der wurde so einen Traum verwirklichen. Nämlich mal gelb-grün tragen. Ja, also das ist auch so echt so eine Sache. Also da ist es echt schwierig. Wir hatten noch damals Martin Schwebe, da weiß ich gar nicht, wo der aktuell spielt. Der war ja mal bei... Ja, der ist auch in Dänemark, glaube ich. Der ist mittlerweile in Dänemark gewesen. Der ist bei Brontby, glaube ich. Ach krass. Ja, stimmt, bei Brontby. Den fand ich ganz gut. Ja, der war geil, aber der hat es nicht so... Der galt ja auch als kommender Nationalfielder, aber der hat dann diesen Übergang von Junioren hoch zum Profis nicht geschafft, richtig. Ja, der ist ja so nach Dresden halt. Genau, also richtig dann den Riesensprung. Ja, okay. Und auch Polerspeck wollen wir, glaube ich, auch nicht hier haben. Vielleicht irgendwie ein Gestandener aus der zweiten Liga oder so. Wenn wir europäisch spielen... Also man muss schon sagen, wenn man es schafft, Paris irgendwie auf 8 Millionen zu drücken, dann muss man den halt nehmen. Und ganz ehrlich, Trapp kann ja auch, das was er fordert, er kann ja auch Teil dieses Prozesses sein, den er selber fordert. Zu sagen, ey, du bist vielleicht auch ein Signaltransfer. Dann kommen andere, zu sagen, ey, wir haben hier Trapp, wir haben Hinteregger, wir haben Rode, wir holen vorne noch irgendwie einen geilen Typ, wir holen Ameri und noch einen Stürmer, dann ist die Eintracht auch komplett. Wir müssen ja nicht so tun, dass die Eintracht hat nicht die Situation, wie man es gefällt in Bayern hat. Dass du sagst, oh Gott, hoffentlich geht es nächste Woche nicht los, weil wir haben keine Spieler, sondern die Eintracht hat ja... Also wir könnten ja jetzt am heutigen Tag eine Aufstellung machen, wo ich denken würde, okay, so kacke ist es nicht. Und notfalls kannst du ja auch Trapp noch sagen, also notfalls lockst du ihn halt für ein Jahr und sagst, okay, pass auf, wenn Champions-League-Teilnehmer kommt, dann kannst du für 12 Millionen gehen oder für 9 oder... Das ist es halt. Du musst es an Bedingungen knüpfen. Ich glaube auch, dass du den potenziellen Transfer sagst, okay, wir bieten dir halt auch ein Paket. Auch wo du sagst, okay, genau, was du sagst, vielleicht irgendwie Champions-League-Teilnehmer kommt, was nicht passieren wird. West Ham. Ja, genau. West Ham war vorbei. Aber wo du auch sagst, wir wollen dich halt auch, ganz explizit dich, und wir wollen halt auch mit dir einen Sechs-Jahres-Vertrag oder so dann auch vielleicht danach noch weiterarbeiten. Ey, Kevin Trapp kann derjenige sein, der langfristig das neue Gesicht der von Futterheit hat. Und dann ist es dann vollkommen okay, weil er sich hier wohlfühlt. Ja, er muss es halt wollen. Ja, genau. Wenn er jetzt beim ersten Angebot nach vorne geht dann her, tschüss. Ich glaube, ganz einfach, ich kann ihn auch verstehen. Also er kam ja her, er ist Nationalspieler immer noch. Ja, na klar. Aber als Nationalspieler hat er natürlich auch den Anspruch, in einer Truppe zu spielen, die zumindest die Chance hat, wieder europäisch zu spielen. Und das ist schon, wenn du ihm jetzt signalisierst, die beiden besten Stürmer weg, der dritte, der drittbeste Stürmer geht auch noch. So, und dann hier Amiri kriegen wir doch nicht, und dann nehmen wir lieber hier Dominicor 2. Aber er kam halt auch als Bordeng gegangen. Er spielt jetzt erstmal, die nächste Saison später, bis Mai spielt jetzt erstmal. Ja, na klar. Aber du musst ihm schon auch signalisieren, okay, klar, jetzt die zwei Besten verlieren wir, aber es kommt X, Y und Z und dann gehen wir richtig durch die Decke. Wie es halt letztes Jahr auch war. Weil letztes Jahr haben wir auch Bordeng verloren und dann haben auch wieder Leute gesagt, oh Gott, jetzt haben wir Bordeng verloren. Das hat aber genau gepasst in dieses System. Ich glaube auch, dass die Eintracht besser vorbereitet ist als wir. Also die Eintracht wird nicht so da sitzen und sagen, wer gibt's denn? Ja, Freddy, ich weiß nicht. Wir fällen da jetzt keiner. Wir spielen der. Wir spielen der Malik Schwäbler. Der hat die Saison, wir sind am Amiri interessiert. Stimmt das? Ja, ja. Also ich geh da fest von aus. Welche Positionen seht ihr noch Bedarf? Lass uns genau über diese Inverteidigerposition. Wir können ja vor dem losgehen. Torwart haben wir gerade abgehangen. Genau, aber Inverteidigerposition. Darüber will ich mit euch sprechen. Dann würde ich trotzdem gehen. Warte mal, ich hab für euch was Saures, damit ihr mir was Süßes sagt. Oh, oh. Ich kenne das Schock, oder? Das sieht aus, als wäre es in Deutschland nicht erlaubt. So, komm, lass uns mal. Ach, hier, Ilham-Suites. Wer kennt sie nicht? Willst du auch? Hier, ich hab extra. Das machen wir ganz oft. Wir treffen uns hier bei Reis im Hinterhof und kommen fröhlich. Das ist so ein Troppensuizid hier. Oder ein saure Wassermeläum. Ich probier's mal. Vielleicht anliegen wir das weitergefahren. Ich muss morgen Auto fahren. Wenn ich mein Reichs-Magen-Probleme hat und nicht im Fußballgolf gegen mich antreten kann, macht ja ganz schön kulinarische Experimente hier. Ist geil, das ist aber. Ist ja ganz schön ekelig auch. Auf jeden Fall künstlich, aber ist auch gut, dass jetzt jeder uns schmatzen hat. Wir brauchen ja bei so einem Podcast, das ist auf jeden Fall was ganz Gutes. Ich höre die Podcasts eigentlich immer nur wegen den Schmatzen. Wir haben ja jetzt gesagt, Torwart hat abgeschlossen, dass wir auf jeden Fall Trapp, beziehungsweise wenn es Trapp nicht ist, jemand anders holen würden, deshalb mit Renno gehen wir nicht in die Saison. Nee, definitiv nicht. Vielleicht können wir dann Renno auch verkaufen. Würde ich machen. Der wird ja auch nicht bleiben. Vollkommen. Warum denn nicht? Bevor der dann hier versaut und sein Lebtag nicht mehr glücklich wird. Dann soll der wieder zurück nach, das ist ja gar nicht böse gemeint, denn da gibt es bestimmt einen dänischen Verein. In jedem Fall, irgendeine kleinere Liga oder so, das passt mal. Geht er da rein? Weil der ist ja noch jung und der will ja noch potenziell ein Nationalspiel machen. Der muss halt den Restart irgendwo anders machen. Ich glaube, bei uns wird er einfach nicht mehr glücklich. Gut, dann kommen wir für mich für eine spannende Position. Abraham ist schon 33. Er hat jetzt auch schon, ist glaube ich zweimal, man muss ja irgendwie Training und Testspiel abbrechen. Das heißt, wer ist für euch die erste Innenverteidigung momentan? Momentan und Dicca auf jeden Fall. Ja, und einfach mit Abraham. Das ist halt das Ding. Da reden wir dann, glaube ich, über eine wichtige Personalie, die Martin Hinteregger heißt. Ja. Oder Waldemann, ja. Jetzt sollte er auch klar sein, oder? Also Anton oder Hinteregger. Na ganz im Ernst, das soll sie ja jetzt mal klären, Alter. Wenn Augsburg 13 will und Frankfurt bietet 10 oder so, dann muss doch jetzt mal nach Wochen, Wochen noch mehr haben. Glaube ich ja. Ich glaube, dass Augsburg uns richtig verkehrt ist. Augsburg will 16 haben, ja. 16? Und ich habe das Gefühl, dass Augsburg überhaupt keinen Bock drauf hat. Die haben dadurch keinen Bock drauf, dass wir, dass es hier generell diesen Hype gibt und die sind mega abgefuckt. Das ist kein Problem. Und ich glaube eher, dass die sagen, wenn irgendein Engländer 16 oder 15 oder 14 sind, dann sagen die da ja. Na ja, wenn West Ham kommt, ich sag's dann mal. Nee, die wollen aber auch kein Kontrahenten. Die sollen einfach mal absteigen. Das ist ja nicht so. Aha. Hast du das, Stefan? Braucht wirklich niemand, ey. Absteigen. Dieses scheiß Puppenkissverein. Absoluter, ganz, völlig in Ordnung, zweitzeitiges, ey. Nee, ist auch gut. Zieht Freude. Ja, ich glaube aber, was machen wir denn da? Die sind so ein bisschen, die bleiben jetzt hartnatt. Ist auch ihr gutes Recht. Das würden wir ja auch machen. Ganz ehrlich, das ist ja das Ding, ich glaube auch, dass... Das war der 15 für Anton, ey. Ja, aber lass mal, aber lass mal dabei bleiben. Stell dir mal vor, wenn jetzt irgendwie Augsburg ankommt und sagen, die wollen jetzt unbedingt für drei Millionen den Russ haben. Ja, und wir wollen aber fünf aus unserem Grund. Ja, gut. Das ist vielleicht nicht das gute Beispiel. Nein, aber stell dir vor, zum Beispiel, du leist Gatschinovic nach Augsburg aus, weil er uns irgendwie hier, keine Ahnung, enttäuscht hat. Und auf einmal spielt er eine Mörderrückrunde. Die singen Lieder für den und die denken, bleib, bleib. Und dann sagen, ja cool, ihr könnt ja auch so ein bisschen Geld geben. Das ist natürlich eine Situation, da kannst du dich auch nicht einig werden, weil aus Frankfurter Sicht, und das sehe ich trotzdem so, diese Wertsteigerung hat hier stattgefunden. Das heißt, da hat der FC Augsburg nichts dran zu haben. Das heißt, hätten die uns in dem Winter verkauft, wäre die Ablöse nicht so hoch, wie sie jetzt ist. Und da hat sich hier quasi dieser Hype, der hier und hier entstanden ist, hat er gemacht und die Spielweise der Eintracht. Und das heißt, da muss Augsburg trotzdem sich ein bisschen bewegen, zu sagen, okay, das hat bei euch halt besser gepasst als bei uns. Nehmt den einfach und wir müssen halt auch mal weiter gucken. Weil was hat Augsburg davon, wenn der da die ganze Zeit, da haben die auch Unruhe. Die haben einen Kaderplatz weg, der verdient Gehalt, der ist ein potenziell... Der wird doch nicht wenig verdient. Der wird dort aber spielen am Ende. Der wird da nicht am Spieler sein, trotzdem. Meinst du, dass sie das machen würden? Definitiv. Der hat ja kein Problem gehabt mit dem Verein an sich, sondern der hat ja auch kein Problem gehabt, sondern nur mit Manuel Baum. Und der ist weg. So. Ja. Kannst du auch. Ich glaube, der ist vielleicht doch ganz besser hier in Frankfurt. Das ist natürlich klar, aber ich glaube auch am Ende sehen wir jetzt einen Stefan Reuter oder so, das ist immer noch ein knallhattes Business. Ich finde das total doof, dass sie da ein Lieder für den singen, da will ich jetzt 200 Millionen mehr. Nein, der wird sagen, ihr habt 60 Millionen für Jowitsch bekommen, 45 für Adair. Aha, Portemonnaie auf. Übrigens kann man auch mal so... Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja, man kann trotzdem mal... Die irgendwann in der Winterpause einen haben. Ihr kriegt den Haarberus nicht, ey. Aber man kann doch mal so einen kleinen Seiten, wenn wir schon hier bei unseren kleinen, süßen Vereins-Podcasts sind. Können wir auch mal drüber reden, dass einige Augsburg-Fans extrem unrelaxed reagiert haben auf diese lustige und für mich total harmlose Postkartenaktion, wo einige auch komplett eskaliert sind. Es ist auch Sommerpause, Leute. Ja, und schau. Ey, ganz ehrlich, dass Leute sich so massiv darüber aufgeregt haben. Ja, und schau, als bei Twitter sind sie eskalierend... Können wir das nochmal erzählen? Ich hab da nichts mitbekommen. Also völlig unnötig, wie Leute einfach eskaliert sind. Man kann es ja ignorieren. Ignorier es doch, mute den Hashtag und relax. Aber Augsburg kann doch auch froh sein, dass die überhaupt mal endlich durch diese Nummer relevant geworden sind. Relevant im Fußballdeutschland haben. Da gab es viele Leute, die wussten gar nicht, dass der FC Augsburg in der Bundesliga spielt. Aber was nicht hätte sein müssen, war diese Provokation bei der Tour de France. Habt ihr das mitbekommen? Ja, das war auch zwei oder zu vier. Über Schluss. Da habe ich keinen ganzen Hass und die Häme schon. Das kann ich nicht mit meinem Namen. Ich weiß auch nicht, wer sowas macht. Das hat mit Fußball auch nichts mehr. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr mein Radsport. So habe ich meine Liebe zum Fußball nicht. Das kann ich auch ganz klar fest sagen. Aber gut. Nächste Position. Aber das heißt, wir waren auf jeden Fall der Hinteregger. Hinteregger, Plan B, Anton. Linksverteidiger. Oder irgendwie hier bei Jeco oder so. Linksverteidiger. Wir haben wir haben Tavata immer noch. Wir haben immer noch Willems, den Ladenhüter. Und wir hatten zur Hälfte Kostic. Und du hast jetzt Durm. Durm. Durm ist dadurch auch durch, oder? Eigentlich muss er noch also Willems wird gehen und eigentlich kannst du Tavata auch noch aufsiehen. Immer die Frage, ob du Fünterkette spielst. Wenn du Fünterkette spielst, sehe ich Kostic eben nicht als Linksverteidiger. Also Kostic wird mit dem 4-4-2 mit der kein Linksverteidiger gespielt. Aber dann hast du Durm. Und notfalls noch Tavata. Ja, das ist die Frage. Wen hast du denn dann? Ja, Tavata. Das ist sicher, der auf beiden Seiten kann. Aber da musst du natürlich auch gucken, ob der... Ja. Kommt der wieder auf die Bayern? Der ist halt nur fucking 29. Das ist unfassbar. Ich hab gedacht, der ist 35. Der Kostad, Chandler würde ich... Könnte ich ruhig schlafen, wenn er als Rechtsverteidiger ist. Das ist jetzt glaube ich auch nicht so die Position, wo du jetzt nochmal richtig investieren musst. Also ich finde auch nicht. Ich finde auch nicht. Aber du bräuchst jetzt zumindest... Leute abgeben. Weil Fakt ist, du musst doch mal echt mal Leute abgeben. Ey, gib diesen fucking Williams jetzt ab. Das reicht jetzt langsam. Der wird nie wieder bei uns spielen. Williams, der geht schon 5 Millionen. Ja, dann soll er für 5 Millionen gehen, aber es ist langsam Zeit. Wir müssen nochmal Leute verkaufen. Na gut, wenn du keine Angebote hast, dann kannst du dich auch nicht... Ja gut, aber das Transferfinanzo ist jetzt noch 50 Tage offen. Ja, jetzt fängst du wieder an mit deinen Relativierungen. Kannst du machen. Aber das... Ja, aber das stimmt ja. Ich glaube auch, dass wir müssen da einfach... Ich habe letztens... Lionel und ich haben auch ein bisschen geschrieben. Ich habe gesagt, ich lese mir jetzt auch nichts mehr durch. Weck mich einfach, wenn irgendwas passiert ist, wenn es offiziell auf der Antragsseite steht. Ich habe auch keinen Bock mehr, mir jeden Kack durchzulesen. Am Ende mache ich es zwar doch, aber du musst jetzt damit rechnen, wir werden noch ganz, ganz viele Namen diskutieren, noch ganz, ganz viele merkwürdige Sachen diskutieren, über Ablösen, über zu wenig, zu viel. Der geht, der will dahin, der macht ein Probetraining. Weil ich glaube einfach, dass so ein Transfer dauert halt auch länger, als wir uns das vorstellen. Du musst als Spieler selber erst mal überlegen. Ich glaube nicht, dass jeder Spieler sofort eine Meinung hat. West Ham ruft dich an, dann denkst du, okay, da muss ich jetzt vielleicht mal drei Tage überlegen. Dann redest du mit deiner Frau, dann redest du mit deinem Berater, dann reden die Vereine untereinander, ich glaube, diese Faktoren. Und du kriegst ja mittlerweile aber jeden Piss von dem Kram mit. Das heißt, sobald einer nur anfängt zu überlegen, landet das irgendwo. Klar. Und das beeinflusst ja dann auch deine Gedanken als Spieler. Und das werden wir jetzt im Sommer, wir erleben das ja jedes Jahr. Und am Ende hat die Eintracht auch immer Transfers getätigt. Wann haben wir Rebic geholt? Fünf Minuten vor Schluss. Trapp ganz kurz vor Schluss gekommen. Rebic, du musst dir jetzt kurz daran denken. Boateng auch, oder? Boateng haben auch recht. Der ist ja dann Rebic ausgeliehen, dann ging er erst mal zurück. Eine Ausschiebsklausel, die bei vier Millionen lag, verfallen lassen, weil es zu teuer war. Und dann erinnere ich mich noch an die Transfermarkt.de-Schlagzeile Rebic zu Hannover-Fragezeichen. Ja, ja. Da denkst du, was ist das los? Das ist zwei Jahre her. Aber die waren nicht, aber nicht, weil es zu teuer war? News aus einem Paralleluniversum hatte. Aber dieser Transfer ist nicht zustande gekommen, weil es zu teuer war, sondern die Eintracht brauchte Cash das Geld und hatte auf diesem aktuellen Konto nur drei oder so. Und das war wirklich, das war das Problem. Du musstest das Geld genau so überweisen und das hast du nicht bekommen. Und deswegen haben sie so ein komisches Konstrukt gehabt. Das war damals wirklich so eine Zwischenzeit. Das kannst du dir jetzt nicht mehr vorstellen, weil wir gerade jetzt in dieser Brille Millionen eingeladen haben. Ja, genau. Aber davor war das genau das Problem. Die Eintracht wollte den kaufen. Die hat damals schon gesagt, wir wollen den kaufen, die Sache ist klar, aber die haben das Geld de facto einfach nicht auf der fucking Bank gehabt. Das ist schon einfach krass. Und das ist halt jetzt ein Standard. Das wirst du jetzt nicht mehr erleben. Also wenn du jetzt halt acht Millionen oder ja, 14, 15 Millionen für Ameri brauchst, dann holst du es halt. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der würde uns auf jeden Fall guttun. Und die vielen anderen auch. Auf jeden Fall. Holen, holen, holen. Eine Position hätte ich noch. Eine Position. Wenn Rebisch geht, rechts ist mir die Feld. Dann haben wir eigentlich da nur Gacinovic mit Bauchschmerzen. Boah ey, schwierig. Bei Gacinovic hätte ich gar keine Bauchschmerzen. Ich glaube, wenn er nur rechts diese stupide Aufgabe hoch und runter reicht es mir. Dann der Backup. Du brauchst ja noch einen. Stell dir vor, du trutst dich sechs Wochen aus zum Saison starten. Ja, aber das ist auch wieder die Systemfrage. Wenn wir Fünferkette spielen, ist da Koss auf rechts so. Und Koss ist links. Das hatten wir die Saison auch. Wenn man Hasebe drin hält, muss er auch Fünferkette spielen, weil ich glaube nicht mehr, dass er komplett im Maschinenraum spielen kann. Das ist Schamada. Ich glaube ja, der ist auch eher zweite Spitze. Hängige Spitze, genau. Hat jetzt in Belgien eine zweite Hängige Spitze gespielt. Genau, richtig. Ja, natürlich, da könntest du einen holen, aber da könntest du meiner Meinung nach, dann, da muss man jetzt keine 30 Millionen ein bisschen finden. Oder du holst trotzdem denselben Hybrid, der Rebisch auch war, der so mittelstürmer als auch rechts spielt. Ich merke schon, am Ende läuft alles auf Schürde hinaus. Naja, okay, aber ich merke, wir haben... Ja, aber da finde ich tatsächlich, so wirklich junge, geile Außenbahnspieler gibt es wirklich wie Sand am Meer, Alter. Da musst du dich mal ein bisschen... Weißt du, wenn selbst Leverkusen kriegt, diesen Diaby oder wie er heißt von PSG, Alter, in Frankreich, hast du 800 geile Außenbahnspieler unter 20. So, da musst du nur hingehen und sagen, hier, pass mal auf dich und dich und dich. Also, wahrscheinlich, so einfach wird es nicht sein, aber da gibt es auf jeden Fall so viel Talent. Das ist eine Position. Bei Rechtsverteidigung, wo sie noch mal vergessen, gab es nicht auch mal Gerüchte um irgendeinen 17-Jährigen von Fulham? Ja. Ryan, irgendwas? Ja. das ist ein Name, die uns auch sagen. Na ja, gut. Auf jeden Fall, nein, aber ich glaube trotzdem, da kannst du, so ein Spieler kannst du immer noch mauren. Die Frage ist jetzt, gibt es irgendwelche Keyplayers, wenn wir sagen, okay, wir brauchen auf jeden Fall diesen Babatransfer im Sturm. Ja. Glaubt ihr, dass wir das machen oder sagen die Leute, weil bei Paciencia wurde nämlich auch, als er angefangen hat zu scoren, gesagt, ja, Paciencia war auch so ein bisschen so ein Vorgriff zu sagen, falls Haller mal geht. Das habe ich jetzt schon von vielen Seiten gehört. Das hat Boch auch gesagt. Dass man nicht denkt, okay, wir holen jetzt keinen Haller-Ersatz. Ich glaube auch, dass der Paciencia da hat auch extrem was drauf. Und wenn er jetzt regenmütig spielt, glaube ich, hat er nochmal einen ganz anderen Impact. Ich glaube schon, dass du trotzdem noch einen daneben stellen musst. Du hast jetzt 50 Plichtspiel-Tore verloren. Da musst du jetzt einen holen für 15, 20 Millionen, der 15 Hütten macht einfach. Auch als Signalwirkung, glaube ich. Das reicht ja. Du musst ja nicht vier Spieler jetzt holen. Du hast 100 Millionen eingenommen, dann gibst du halt insgesamt 50 aus. Du brauchst auf jeden Fall mit Trapp, Rode, Hinteräger holst, hast du schon mal drei Fehlgut-Cancfers, die auch Leistungen bringen, die nicht nur Fehlgut sind. Und wenn du dann noch einen Amiri-like-Transferst, wenn du Amiri holst, kannst du, glaube ich, auch auf diesen Impact im Sturm dann verzichten. Glaube ich ja. Nein, glaube ich nicht. Du kannst ja im Sturm trotzdem für fünf Millionen einholen, weil du verbaust ja trotzdem sonst. Ansonsten sagst du, okay, unser erster Sturm ist jetzt tatsächlich erstmal Paciencia und Juwelic beziehungsweise Mr. Exerner. Und Kamada kann auch noch reinrutschen. Aber dann kannst du ja trotzdem jemanden für sieben Millionen. Ja, stimmt. Aber das macht Vrebitz momentan. Und wenn Kamada und Juwelic nicht funktionieren, dann hast du da auch schon gespielt, von dem auch keinerweise auch funktioniert. Du brauchst auf jeden Fall einen, der dir garantiert 10, 10, 15 Tore macht. Und du brauchst auch drei Stimmen. Guck mal, wir spielen bis Ende des Jahres, bei 31 vielleicht 12 Mal Europa League. Du hast, wenn du es durchgerechnet hast. Ja, okay, genau. Das habe ich natürlich gemacht, habe ich vorbereitet. Sehr gut, das ist dufällig. Wenn wir jetzt Vrebitz noch verkaufen, müsste ja noch genug Geld da sein, zu sagen, dass wir Amiri und keine Stimmung. Ey, wenn Amiri wirklich 15 Minuten kostet, du holst für 15 bis 20 nochmal einen Stürmer, der tatsächlich so ein Mr. 15 Tore ist, plus dann halt hinterher Trapp und Rode, dann bist du halt dann bist du fertig. Ja, bist du fertig. Aber dann bist du Kovac mit der Kanada-Bahn. Das macht er mit Donis. Dann bist du fertig mit der Kanada-Bahn, hast aber nur die Hälfte von dem aus aussehen, was zu antworten. Donis könnte dieser Backup für Gacinowitsch sein. Aber zu dem habe ich überhaupt keine Meinung. Nee, habt ihr irgendwie eine Meinung? Ich finde, das ist wie ein Kostic-Experiment, zu sagen, hey, du bist jetzt hier nicht als erster eingeplant, aber wenn Gacinowitsch das auf der rechten Außenbahn nicht bringt, dann probierst du es. Ist der Außenspieler, oder? Ja. Aber nicht jetzt 12 oder sowas. Gut, aber ich meine das. Muss halt Mami Kostic. Michael Reschke-Transfer. Das muss man aufpassen. Ja. Aber das ist auch nicht nur scheißgut. Also, ich merke, wir brauchen auf jeden Fall einen für einen Sturm und auf jeden Fall entweder ist er das. Ja, es müsste jetzt mal was passieren, dass sich auch die Stimmung mehr umfällt. Ja, oder er ist es nicht, aber er ist ein anderer Signaltransfer. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen für einen Sturm und einen Signaltransfer und halt eigentlich die ganzen Du brauchst halt auch trotzdem und das ist ja Brauchst du trotzdem und du hast noch Rode, das will ich noch mal ganz kurz sagen, weil du es irgendwie die ganze Zeit sagst. Ich glaube, das ist ein No-Brain im Sinne von der ist günstig genug und du hast irgendwann wieder absehbar die Leistung und der kommt nicht direkt rein. Der ist halt, glaube ich, auch noch nicht so schlecht. Toro kommt auch zurück. Ich meine, ich will noch mal sagen, wir haben echt geile Spiele, die überhaupt gar nicht in den letzten Sagen noch mal zeigen konnten. Du hast aber trotzdem diesen So-Spieler-Typen, den du scheinbar haben wolltest und das hast du nicht geholt. Den hast du jetzt nicht mehr, weil er lässt erst mal weg. Das darf man nicht vergessen und Rode wäre auch nicht direkt da. Das heißt, du gehst in, wenn morgens Spiel ist, wer spielt dann? Toro und der Guzman. Keine Ahnung, das ist alles kaputt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Mittelfeld. Core und Toro. Das ist nicht das Mittelfeld, die abschirmt und Dominic Core ist jetzt auch nicht derjenige, der den Maschinenraum irgendwie betreiben wird. Das heißt, eigentlich wäre es Amiri halt wirklich geil. Ich hoffe da sehr, dass wir uns nicht so reinsteigern, weil Stefan Reich und ich haben uns den ganzen Sommer in Grujic reingesteigert. Ja gut, ich meine ganz ehrlich. Grujic, wo sie schon relativ weit war. Dann kam dieser blöde Investor bei der Hertha, Alter, und schnappte den einfach weg. Ja, aber der Reich hier neben mir wollte ja auch schon Louis Holp. Mein Gott, das macht Scherz. Ja, ja, ja. Könnte jetzt jeder sagen. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt, Trapp, Hinti, Rode, beispielsweise Amiri, der Signaltransfer im Sturm. Irgendeinen Stürmer, den wir nicht kennen. Dann haben wir fünf Neuzugirchen noch. Genau. Und was wir ja auch nicht überverdenken dürfen, sind die letzten drei, vier Tage der Transferphase, wobei ich in den letzten Jahren immer was gemacht habe. Richtig. Dann kommt nämlich der Ballotelli. Da wird er kommen. Also ich hoffe, ich hoffe, irgendwann nimmt Bobic dann doch halt ab. Na gut, komm. Mario, du hast zwei Minuten. Also ganz ehrlich, ich hätte mega Bock auf Ballotelli dabei. Bleibe ich auch. mit meiner leicht kindlichen Überzeugung. Aber wenn wir jetzt schon über Stürmer sprechen, ich habe letztens was getwittert und da hast du geliked, das habe ich gesehen. Oh, guck mal, hat er gesehen. Ja, es ging nämlich, wir haben ja in der letzten Woche ja unsere neue Kategorie eingeführt. Und zwar, was macht eigentlich Jumel Zumo? Der eine oder andere mag ihn auch kennen mit dem grandiosen Tor, was er gegen die Bayern geschossen hat. Wo er angeschossen wurde. Wo er angeschossen wurde, aber es muss erst mal da stehen. Aber es ist schon krass, welch eigentlich eine Historie, der eigentlich hingelegt hat. Weil der ist ja dann von der Eintracht zur Alemannia Aachen, dann ist er in England gewesen, zu einem Verein, den ich nicht aussprechen war. Plymouth, Plymouth, Plymouth-Argyle, aber dann... Quasi im Norden gespielt. Steht das in England? Wollen wir das? Das ist gleich das Norden? So können wir eigentlich unser Fußball-Team, unser Fußball-Golf-Team nennen. Plymouth-Argyle. Plymouth-Argyle. Dann ging es irgendwie nach Hartberg, also nach Österreich, dann ging es nach Slowenien und zwischenzeitlich bei Waldhof Mannheim mal gewesen. Da hat er auch gar nicht so schlecht gespielt. Dann ging es nach Burghausen und dann, naja, gut. Und in Zypern und jetzt ist er... Gut, aber Zypern muss in jeder Globetrotter wieder... Ist echt so, ne? Wie Rainer Hoffmann. Das muss auch Rainer, allein aus Transfer-Tischen. Da kannst du dich wahrscheinlich so resetten. Du hast zu viel Scheiß gemacht, zu viele Verbindungen, gerne mal nach Zypern, das war alles auf Null gesetzt. Fakt ist genau, das hat er nämlich gemacht, denn er ist nämlich da zu einem richtigen Goalgetter wieder geworden und trifft jetzt regelmäßig bei FC Hermannstadt, also Hermannstadt ist in Rumänien, Sibiu. Da ist mein Vater geboren. Ja, siehst du mal, das ist Siebenbürgen, ne? Genau, also in Siebenbürgen und das hat ja immer noch eine deutsche große Kolonie im Grunde und das ist total spannend und ich würde eigentlich ganz gerne mal wissen, wie er, also der Stammspieler trifft regelmäßig, die haben jetzt gerade den Klassiker halten. Signaltransfer. In der Relegationsgruppe. Das ist jetzt einer der wenigen Fußballer, den ich jetzt bei Instagram folge, der hat auch nur so tausend Follower, also das ist alles nicht so ganz so spektakulär, aber echt ein geiler Typ und auch ein Sympathikus und ich bin mal gespannt, ob es irgendwie den nochmal woanders hintreibt. Auf jeden Fall ist sein Marktwert mit 28 so hoch, wie er noch nie war. 28? Auf 550.000. Na ja, komm, na ja, genau. Er ist 28, also. Er ist 28, vielleicht geht er noch nicht. Kennt den Fall? So, wie viel bist du denn wert? Ja, genau. Also insofern, wie gesagt, er trifft regelmäßig. Wie viel Tore hat er denn gemacht? Er hat auch jetzt schon wieder ein Spiel und ein Tor gemacht. Aha. Und guck mal, letzte Saison. Letzte Saison. Wollen wir noch nicht bei Kleinigkeiten reden. Vielleicht war es bei mir. Warte mal kurz, gucken wir mal. Ah, das Internet funktioniert nicht. Wie versprochen, ich habe noch. Ich habe hier schon mal gearbeitet. Aber ohne Internet. Also Word funktioniert. Hält auch. Für die Updates nicht. Für alle Leute, die sich wundern, wir sind hier unten im Garten von Stefan Reich und da hat es versprochen, dass WLAN funktioniert. Für mich hat es funktioniert. Ja, okay. Guck mal, der war sogar tot als König. Gehen wir da drauf. Ach, du liebes bisschen. Zypern wahrscheinlich. Ach so. Na ja. Webseite. Na ja, gut. Na ja, gut. Auf jeden Fall ist der interessant. Er bleibt auf jeden Fall einer, der Perspektiv-Katheter hat, würde ich sagen. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass wir heute in dieser Keckenrunde uns mal ein bisschen darüber unterhalten haben, was mit der Eintag passiert. Es bleibt spannend. Wahrscheinlich ist das morgen schon wieder, wenn wir es veröffentlichen, erledigt. Auf jeden Fall überledigt. Denn das ist alles wieder... Amirina von Leverkusen. Aller den Medizinstack zu Westen. Aller, genau. Aller ist auf der Rückseite. Welcher Spiele hatte man in Medizinstack nicht bestanden? Kajo in Moskau, Alter. Die wollten den kaufen für 4 Millionen oder so und alle bei der Eintag so nach drei Jahren Missverständnis. So, ja, die kriegen doch jetzt nicht. Das war so geil, ja. Und dann haben die festgestellt, dass er noch irgendwas mit dem Knie gestanden ist. Aber ich glaube, die haben damals einfach nur mitbekommen, dass in Frankfurt sich alle gefreut haben. Ja, genau. Dass er weggeht. Und dann sind sie skeptisch geworden. Aber bei Grasverband ist der ja noch mal durchgestaltet. Ja, gut. Vielleicht können wir auch das mal sagen. Was macht der? Das können wir in einer nächsten Folgen. Das ist aber eher ein Alarmsignal. Ja, auf jeden Fall. Ja, mittlerweile ist er bei Tel Aviv so viel. Oder ich weiß gar nicht, wer noch da noch ist. Der war da noch mal. Aber bei Grasverband ist er wirklich durchgestanden. Die sind aber jetzt krass abgestiegen. Zwei Meter jetzt. Ja, wenn du so einen Kai und nicht alle Quater setzt, das tut man auch. Die haben auch einfach zu kurz an Thorsten Fink festgehalten. Siehst du? Man macht es falsch. Zu spät. Thomas Galle holen. Thorsten Fink nicht lange noch zu vertrauen gehen. Markus Babbel da nicht auch mal hat? Das ist aber so. Nee, das war halt Zürich. Ah, okay. Aber die hat er auch untergewirtschaftet. Ernst, die sind auch abgestiegen. Fällt der Verwüstung da hinterlassen? Die andere Kategorie, die wir noch haben, was vor 20 Jahren, haben sich nicht viel geändert. Wir sind immer noch in der Vorbereitung nach der Übersteigersaison. Erster Spieler gegen Mundharing steht bald an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin gespannt, ob Salou die Erwartungen erfüllt. Hab es da so mal an? Nein, nicht günstig. Vielen Dank an Octagon, dass uns Geld gegeben hat. So, liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.